So, willkommen zurück in einem neuen Tutorial, dieses Mal das Thema der Tabulator. Das heißt, wir machen eine Aufzählung bzw. eine Gliederung, ähnlich wie mit den Tabellen, und dieses Mal aus meiner Sicht viel schneller. Wir haben ja im Unterricht schon ein bisschen darüber gesprochen, wenn nicht, dann ganz kurz nur vor allem Speisekarten werden so gemacht, Fahrpläne, sowas in der Richtung, irgendwas, wo ich jetzt nicht viel mit Farben arbeiten muss. Ihr seht es hier, ein kleines Beispiel, wie man mit dem Tabulator arbeitet. Dazu ganz wichtig, schaltet euch bitte die nichtdruckbaren Zeichen ein, das hilft euch. Und ihr könnt die nachher dann wieder ausschalten, falls es euch so stört, ihr Monks alle miteinander. Was ist jetzt ganz wichtig, was ich als allererstes machen muss, ich brauche unbedingt das Lineal eingeblendet. Wenn ihr das nicht habt, dann einfach Registerkarte Ansicht Gruppe anzeigen, heißt die in Windows, und dann hier das Kontrollkästchen für Lineal aktivieren. Okay, hoppla. Gut, was ist ein Tabulator? Ein Tabulator macht mir im Grunde genommen einen Sprung. Die Tabulator-Taste ist neben dem Q auf der Tastatur und macht mir standardmäßig diese 1,25 Sprünge. Heißt also, wenn ich einmal die Tabulator-Taste drücke, dann springe ich auf genau 1,25 Zentimeter, weiter 2,5 Zentimeter, noch eins weiter, 3,75 und so weiter und so fort. Also immer 1,25er Sprünge. Wenn ich das nicht möchte, sondern diese individualisieren möchte, dann kann ich mit diesen Tabulatorn, die hier links bei der Schnittmenge der beiden Lineale sind, einstellen. Ganz kurz nur, wir arbeiten bitte nicht mit Abständen. Das ist a. mühsam und b. Es kann passieren, dass ihr dann nicht die gleichen Ergebnisse habt. Das heißt, dass es nicht in einer Linie ist, rechtsbindig oder linksbindig. Das geht dann einfach nicht. Hängt davon ab, was ihr da vorstehen habt vor allem. Gut, schauen wir uns das an. Ich schreibe die erste Zeile hier, diese, die schreibe ich mir jetzt einfach ab. Dazu zoome ich ein bisschen hinein. So, Wien-West-Bahnhof. Tabulator-Taste einmal gedrückt, 12,30. Tabulator-Taste einmal gedrückt, Nürnberg-Hauptbahnhof. Nicht Hauptbahn, was auch immer. Tabulator-Taste gedrückt, 17,32. Alle Informationen habe ich jetzt einmal geschrieben. Das Fett entfernen, die Vorhebung. Und bin ich in der Schrift dort kleiner? Ich bin in der Schrift dort kleiner. Na gut, okay. So, also wichtig, um festzustellen, was ich genau brauche, ist auch zu erkennen, was für Tabulatoren ich brauche oder in dem Fall hier als Vorlage habe. Ich habe einen Tabulator gesetzt hier. Das heißt rechtsbündig einmal bei 5,5. Ich habe hier linksbündig bei 9 einen gesetzt und hier bei 15 wieder einen rechtsbündigen. Dazu habe ich hier diese Füllzeichen noch und da eine vertikale Linie. Und das Ganze schauen wir uns jetzt ganz einfach an. Also, das Erste, was ich brauche, ist einen rechtsbündigen Tabulator. Dazu muss ich mehrmals hier links draufklicken. Das ist nämlich der linksbündige Tabulator. Einmal draufgedrückt haben wir den zentrierten. Noch einmal draufgedrückt haben wir den rechtsbündigen und den setze ich ganz einfach ins Lineal hinein. Hier soll er ungefähr sein bei 5,5. Klicken und jetzt haben wir den Sprung. Perfekt. Jetzt brauchen wir einen linksbündigen. Wir klicken also ein paar Mal, bis wir wieder bei linksbündig sind. Der ist bei 9. Klicken. Perfekt. Und der Letzte, noch einmal ein rechtsbündiger bei 15. Klicken. Perfekt. Gut, das hat alles wunderbar funktioniert. Aber was ist jetzt mit diesem Tabulator? Ich nehme den letzten übrigens nochmal weg, fällt mir gerade ein, spontan. Also klicken, halten, runterziehen und loslassen. Dann ist ein Tabulator weg. Ich möchte jetzt den anders setzen, den zweiten Weg. Und das geht über das Dialogfenster. Entweder in der Gruppe Absatz, denn Tabulator ist eine Absatzformatierung. Über das Dialogfenster rechts unten über den Dialogpfeil. Oder wie in meinem Fall Format Absatz am Mac. Und dann das Dialogfenster hier. Hoppala, den brauchen wir. Tabstops. Und dann habe ich hier das Menü. So, ich möchte den jetzt noch einmal setzen. Und zwar jetzt für diejenigen, die über das Dialogfenster setzen möchten. Ich brauche bei 15 einen. 15 Zentimeter. Und der soll rechtsbündig sein. Hier kann ich nochmal auswählen. Rechtsbündig. Und Plus. Jetzt ist er drinnen. Bei Windows ist es auf Festlegen. Dann klicken. Was ich aber wollte ist, ich wollte jetzt zudem noch ein Füllzeichen nehmen. Und da wir den jetzt neu gesetzt haben, können wir das gleich hier nachlegen. Sprich, einfach auf die Füllzeichen klicken. Den Tabulator aktivieren. Füllzeichen klicken. Und okay. Jetzt haben wir hier die Füllzeichen. Wenn ich das nochmal zeigen möchte, Doppelklick auf den Tabulator, komme ich ebenfalls ins Dialogfenster. Der Sprung von 0 auf 5,5 soll Füllzeichen haben. Also immer bis denken. Hier war er von den 9 bis 15. Das habe ich 15 angeklickt. Dieses Mal ist es der mit 5,5. Der bekommt Füllzeichen. Und okay. Fertig. Zum Abschluss noch diese vertikale Linie hier. Das ist ein Tabulator, den ich hier habe. Nämlich so schaut der aus. Einfach eine Linie runter. Das ist ungefähr bei 7,25 glaube ich ist der gesetzt. Ja oder wurscht. Ich kann ihn ja verschieben. Klicken, halten und weiter rüber. Jetzt ist er genau da. Jetzt habe ich zwei. Na super. Habe ich gut gemacht. Klicken, halten, runterziehen, loslassen. Na. Der will mich so nicht. Insofern nicht. Aha. Sehr gut. Geht das am Mac nicht. Finde ich interessant. Normalerweise klicken, halten, loslassen. In dem Fall geht das offensichtlich nicht. Einfach klicken, halten und dann verziehen. Dann ändert sich auch mein Tabulator. Ja, das ist die große Magie hinter dem Tabulator. Da ist nicht sonderlich viel dahinter. Das werden wir brauchen für den Geschäftsbrief, für unseren Bezugszeichen-Blog. Das können wir wie gesagt für Preislisten, Speisekarten und so weiter und so fort gebrauchen. Sehr einfach eigentlich. Aber es fällt öfters mal Schülern schwer. Das Video hilft euch, glaube ich, und hoffe ich mal sehr, sehr stark.